so und da sind wir auch schon mit roger roger hier aber wieder nix eine etwas sogar eine größere teamgröße so langweilig hier ist ausgeglichen mit normal schnelle fähigkeitsaufladen halbierter spielergesundheit schwache kai mini karte deaktiviert langsam fähigkeitsaufladung ein treffer spieler ist ein schuss kai na mal gucken ob das was wird nabu der angriff auf nabu hat begonnen deine einheit von kampfruinen der separatisten hat den befehl den tonzeit gewaltsam einzunehmen vernichte die klonsoldaten du bist nicht für eine niederlage programmiert okay wir haben achso wir haben die hier zur auswahl standard ach ja hier aber ich meine die klonsoldaten sind ja auch nicht auf verlieren programmiert so gesehen ja naja ist halt einfach ne was was will man da erwarten jetzt und die sind auch noch zwei weniger oder haben zwei wegen ich finde da hätten sie durchaus oder amygdala außerglich mit dem kurs zu machen können mit klasse vereinfacht und sehr einfach das wäre cool wenn man nicht einfach irgendwie drinnen startet sondern halt wirklich so ein kleines szenario ist dass man von außen anfängt sicher rein arbeitet und so so die einzelnen punkte lang so zu sagen das wäre halt cool oder cooleer ich meine klar das macht an sich ein guider nicht aber wenn man es ein programmiert wenn man sagt wenn du den gegner tötest dann benutze jubelschrei eins oder zwei wer schießt denn hier ja ansonsten weiß ich nicht so richtig einen star wars film erinnert es mich jetzt nicht er an keine ahnung dass man gut das hier war hier war hier das aus dem ersten teil wo die da standen so sagen ja zur kommunikation ist abgeschnitten das kann nur eins bedeuten immer so war das hier wo denn der kanzler sagte eine war ja gar nicht da nur per übertragung dann gesagt ja ich weiß nicht mehr was er gesagt hat es wurde abgeschnitten nächstes level dann nehme ich doch jetzt haben wir hier wo was ist denn hier hinten los hä was was ach wachgeschütz ok und was ist das jetzt hier die leichte variante des wachgeschützes mit höherer beweglichkeit und jetzt sind schaden eben äh nö ein stark modus version des wachgeschützes mit einem hohe explosiven feuer modus und niedrigen feuerrader aufgrund der rung äh nö weiss nicht explosions schaden ist reduziert und die gesundheitsregion beginnt mit dem wächst in den geschütz modus auch nicht schlecht nehme ich doch mal weiß ich nicht könnte man ne wahrscheinlich nicht dass man diese ganzen geschützdinger benutzt so halber spieler gesundheit schwarki da oben wird schon wieder heftigst geschossen noch keiner durchschaden ok ich habe ja gar nichts getroffen wir probieren ihn trotzdem nochmal ich würde das geschütz probieren oder als karte hätte man hier ja auch das nehmen können wie halt im ersten teil wo die da eben in den thron sein wollten also die amygdala und äh die anderen und da auf diesem gang rum geballert haben tja lohnt sich das jetzt bis jetzt doch ja ach so ich hab ja auch äh äh gibt's ja gegner ich hab ja auch sowas hier aber das hat nicht lange gehalten äh da war schlicht von ihnen okay na ich weiß nicht glaube ich nehme wieder den obwohl sie also mit so einer fetten kanone einfach so drauf ballern finde ich gut geil aber wenn man nichts trifft ist es halt auch doof ne dann nützt er ihm das nicht so viel so ist ja noch jemand nö hat sich wieder voll gelohnt ja jetzt ist äh gar nicht gelohnt noch neun kill ja genau jetzt kommen da ganz viele ich mein die hätte ich wahrscheinlich nicht erwischt hey 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 ah grad wollte ich die fähigkeit anwerfen ah ne hab ich ja gar nicht ha so ein stuss naja noch noch einer war nicht mal von mir der eine egal ja komisch ne dass jetzt die droidenarmee so gut ist gegen die kronarmee gegen die kronen so und dann mal gucken wie man jetzt abschneiden mit einem schuss könnte schwierig werden ich mein die gegner sind glaube ich auch etwas schwächer aber ich weiß nicht die haben uns vorhin recht häufig getroffen ah ich hab keine minikarte scheiße ja okay die gibt man auch schnell kaputt aber mit einem treffer sind wir ja hinüber ne da war es das also muss ich ein bisschen eventuell ein bisschen vorsichtig sein oder halt scheiße schneller schießen und treffen als ach so ist noch gar nicht vorbei ja dann ach so das war bei bei kairo rennen vorhin dann ist das ja alles gar kein problem so wo sind die gegner hat's er schießt ich bin ein meister schütze manchmal ach scheiße egal schießt mal dahin wird schon was bringen da kommen wieder zwei so war doch gut dass wir da hin geschossen haben ist hier noch jemand jetzt aber irgendwie ruhig ne musik ist aus keine leute mehr da keine schüsse ach so das war wieder ein schuss das ist manchmal da da kommt da komme ich um die ecke und putz ist er weg mit einem schuss und dann nächster gegner greife ich wieder zehnmal daneben ist wahrscheinlich so ein kann nur jede minute benutzt werden oder so so ein super schuss oder so eine ult wie bei mccree da trifft man einmal und dann muss ich das wieder aufladen und dann hat man wieder eine richtig geile trefferquote aber genauigkeit ja ich meine aus der entfernung nicht zu treffen schaffe ich ja auch aber es ist schwierig wer schießt denn hier ja ich schieße noch vier leute noch einer das müsste jetzt eigentlich hat er mir den kill geklaut ich glaube das nicht ja gut also das ist halt ich sag mal der spielmodus ist halt doch relativ einfach weil man ja trotz allem auch sterben kann also mehrfach also dieses man hat nur so und so viele sekunden und äh ja mit nach einem tot ist es vorbei ist dann schwierig ne was ja ja das ist ja ja du Untertitelung des ZDF, 2020